Wenn Sie zum Pink Lady Team gehören wollen, geht es vor allem darum, eins auszudrücken. Ich bin eine Götter. Die beste Kosmetikberaterin der Welt läuft vor der Liebe davon. Ich brauche keine ernsthafte Beziehung. Wer frustriert ist, der Werbeschef der Welt. Können wir uns nicht mal eine Kampagne einfallen lassen, wo es nicht um sexuelles Verlangen geht? Will die Scheidung. Wenn du die Scheidungspapiere willst, dann hinterleg sie für mich in Vegas. Und zwei Menschen wären auf dem Weg zur wahren Liebe. Es wird Zeit, dass ich gehe. Hab ich was Falsches gesagt? Kämen Ihnen nicht ein paar Elvis-Imitatoren. In die Quere. Sie sind tot. Überall, wo ich bin, springt so ein Elvis-Typ rum. Dieser Fall geht mir ganz schön auf den Sack. Jetzt hält sie sich von jedem Fern, der dem King ähnlich sieht. Love me tender. Ich muss los. Wir ermitteln hier in einem mutmaßlichen Mordfall und es wäre nett, wenn Sie uns helfen würden. Ich schwöre, es ist mein letzter Versuch. Ein Stück weiter die Straße runter gibt's ein Rasthaus. Jetzt bin ich dran zu heulen. Au! Ich bin in irgendeinem Kofferraum eingeschlossen. Wissen Sie vielleicht, wo das Fiesta-of-the-Strip-Hotel ist? Der Elvis-Kongress, meinen Sie? It's a long, lonely highway when you're traveling all alone. Für Miles und Harmony heißt es It's Now or Never. Wir waren verabredet. Sie hatten mich eingeschlossen. Dann sind wir wohl jetzt quitt. Ja. Von Capital Films und Joel Swick, dem Regisseur von My Big Fat Greek Wedding, Kim Basinger und John Corbett. Elvis has left the building. On the road, you know we're gotta keep on.